Hey, wir kommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, unserem wöchentlichen Fußballtalk hier auf dem Kanal. Heute vor dem Derby, allerdings auch vor ganz, ganz wichtigen Duellen in der Bundesliga und in der Premier League, unter anderem Bayer Leverkusen, die immer noch im Abschließkampf kämpfen gegen den FC Bayern München. Dazu haben wir auch eine Challenge dazu zur Bundesliga-Konferenz und natürlich zur Premier League, wo wir am Sonntag ein absolutes Top-Spiel haben. Wenn es euch gefallen sollte, lasst es auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung könnt ihr gerne auschecken, Links zu IGVolt, 6% Rababin, Koppers, GamingTV, eure Coins, Fieber Points, PSN und Microsoft Muthaben, meine Merchandise, natürlich zu meinen Social Media Links und zu Football Stars. Wenn ihr kostenlos gegen mich antreten wollt oder allgemein mich unterstützen wollt, nehmt an diesen Challenges teil, ja, meldet euch kostenlos an bei Football Stars und ihr könnt an diesen Challenges hier beispielsweise zu Tottenham gegen Bournemouth oder halt eben zu City gegen Southampton oder, wenn es noch nicht reicht, zu Napoli gegen Udine teilnehmen. Und dann dadurch diese Stars hier gewinnen und die im Shop gegen coole Preise einlösen. Nächste Woche gibt es 100% wieder ein Special, denn da gibt es ja das Klassico in der Primera-Division zwischen Real und Barcelona, die ja zuletzt in der Champions League zwei sehr schwere Aufgaben hatten. Barca konnte seine nicht bewältigen und Real hat 2-1 gegen Bayern gewonnen. Sehr interessant, ballert mir eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Allerdings lasst vor allem ein Like da, wenn es euch heute gefällt. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Also es sieht momentan ganz, ganz schlecht aus hier bei Max. Ja, Leistungsbereitschaft war sowieso nicht meine Challenge. Statt zu Torschuss-Training, ja, auch nicht. Und das Gewinnerteam erst recht nicht. Also das war wirklich sehr, sehr schwach, muss ich ja ehrlich zugeben. Aber heute wird das 100%ig alles besser, bin ich mir sehr sicher. Und wir starten mit der ersten Challenge. Chelsea gegen Man United im Old Trafford. Das heißt, so gesehen, Allianas rum United gegen Chelsea. Sehr, sehr interessant. 5 gegen 5 war jetzt die Challenge. Wir haben 5 Spieler, die wir aufstellen müssen. Kein Budget vorgegeben. Es geht um die höchste Punktzahl und dementsprechend um die Spieler, die am besten performen werden. Und das ist natürlich bei diesem Duell sehr, sehr interessant. Weil Man United muss ranklotzen, wenn sie in die Champions League wollen und wenn sie allgemein auch die Saison gut zu Ende bringen wollen. Chelsea ist schon so gut wie Meister. Aber wir gerade in so Topspielen natürlich auch überzeugen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wer denn da gut performen wird. Beziehungsweise nicht jetzt, aber am Wochenende halt. Die Frage ist, wen stelle ich auf? Und das ist eigentlich in meinen Augen gar nicht mal so schwer. Pogba einmal für United, weil ich weiß nicht, ob die eventuell sogar einen Unentschieden machen. Also ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Kann auch passieren. Glaube ich aber nicht dran. Ich glaube, dann gewinnt er Chelsea. Aber mein Tipp ist eigentlich unentschieden. Und zwar ein 1 zu 1. Die Frage ist, nur Ibrahimovic oder Hazard. Hazard ist momentan absolut in Topform. Dementsprechend kann man den eigentlich da nicht weglassen. Allerdings, andererseits, Ibrahimovic ist halt immer stark. Von daher weiß man nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich nehme Hazard mit dazu. Mittelfeld bei Chelsea, das ist die große Frage. Normalerweise ist Conte immer stark. Deswegen nehmen wir den da auch hin. Der würde, denke ich mal, auch gegen United gut spielen. Abwehr ist die große Frage. Nehmen wir da einen von Chelsea oder nehmen wir da einen von United? Eigentlich ist es sicherer, da bei Chelsea zu nehmen und Azpili Cueta aufzustellen. Natürlich ist ein Cahill stark. Ein David Luiz ist stark. An sich ist auch ein Valentina stark, der aber verletzt ist. Ein Rojo ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da bleibe ich tatsächlich bei Azpili Cueta beim Spanier. Und im Tor, das ist dann keine Frage für mich. Oh, De Gea ist verletzt. Das ist doch eine Frage. Ich nehme Courtois. Wobei, nee, ich nehme Romero, oder? Nehme ich Romero oder nehme ich Courtois? Das ist eine schwierige Geschichte jetzt. Ich nehme, glaube ich, Courtois, weil ich gar nicht weiß, ob De Gea wirklich verletzt ist oder angeschlagen. Ob er spielen kann, wenn er spielen kann und nicht Romero drinstehen, ist scheiße. Courtois wird auf jeden Fall spielen. Jetzt haben wir vier von Chelsea und einen von United. Das ist halt irgendwie doch dann so Richtung Chelsea gewinnt. Ich glaube halt auch, dass United weniger wahrscheinlich gewinnt als Chelsea. Also wenn, dann zwar ins Chelsea, aber nicht zwar ins United. In meinen Augen kann auch sein, dass Old Trafford irgendwie komplette Überraschungen herbeirufen wird. Aber ich speichere das einfach mal so ab. Und bin gespannt, wie das am Ende ausgehen wird. Oh, ich bin so in dem hier. Komm. Ja, ballern wir eure mal in den Kommentaren. Nehmt gerne auch an der Challenge teil. Vielleicht sind wir in der gleichen Gruppe und dann könnt ihr mir zeigen, dass euer Fußballfachwissen besser ist als meins. Und jetzt sehen wir uns gleich bei der Bundesliga wieder mit den Challenges. So, das ist unser Team für die Challenge zur Konferenz diese Woche. Und zwar ist die Challenge Flipper. Ja, das heißt, es geht um die meistgespielten Pässe. Und wir dürfen nur einen Spieler pro Mannschaft nehmen. Wir haben insgesamt zwölf in der Konferenz. Elbspieler dürfen wir aufstellen, müssen wir aufstellen. Ist also relativ schwierig. Und ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler gemacht. Denn ich habe ein Team zweimal aufgestellt. Und zwar ist das Eichert Frankfurt gewesen. Dementsprechend packen wir jetzt ins Tor. Entweder Marvin Hitz oder Schwolo rein. Oder nehme ich mal Schwolo. Weil ich glaube, dass der einige Bälle bekommen wird gegen Leipzig. So, ja, genau. Mein Team für dieses Wochenende. Schwolo, Bell, Süle, Plattenhardt, Sörens. Alles Spieler, die relativ passstark und passsicher sind. Gerade in Süle und Plattenhardt. Und Sörens sind eigentlich auch bei Köln. Und Bell ist auch eine Bank eigentlich bei Mainz hinten drin. Auch wenn es bei Mainz ja nicht so läuft. Davor dann Forsberg, Dahoud, Gacinovic, Weigel und Gustavo. Alles Leute, die auch sicherheitsfeste spielen. Aber darum geht es ja nicht. Hauptsache, sie haben viele Ballkontakte und spielen viele Pässe. Und Lescano vorne ist auch nicht der nur Goalgetter wie Modest beispielsweise. Sondern er spielt halt auch Pässe. Und dementsprechend ist der vorne bei mir in der Sturmspitze fest verankert. Ja, meine Tipps zum Wochenende. Das ist eine bisschen andere Geschichte. Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher. Allerdings ballere ich sie euch einfach mal jetzt mal raus nach Bauchgefühl. Hertha gewinnt gegen Mainz 1 zu 2. Dortmund gewinnt gegen Frankfurt 2 zu 0. Hoffenheim gewinnt gegen Gladbach 2 zu 1. Wolfsburg gewinnt gegen Ingolstadt 2 zu 0. Leipzig gewinnt gegen Freiburg 3 zu 1. Und Augsburg verliert gegen Köln 0. 2 zu 1. Ja, das sind meine Ergebnistipps. Mainz muss eigentlich ranklotzen. Aber Berlin ist momentan zu stark, auch wenn sie auswärts schwach sind. Borussia Dortmund jetzt in der Champions League verloren. Die werden bei ihrem Ehrgeiz gepackt sein. Und werden gegen Frankfurt gewinnen. Gerade zu Hause, nachdem sie verloren haben gegen Monaco. Das erste Mal seit Unterturay, glaube ich. Wahnsinn. Dazu Hoffenheim gegen Gladbach. Ja, Hoffenheim einfach zu Hause zu stark. Und Gladbach ist ja gemein auswärts nicht so stark. Wolfsburg zu Hause gegen Ingolstadt. Ingolstadt hat drei Spiele in Folge gewonnen. Aber ich glaube, gegen Wolfsburg wird es vorbei sein. Und ich glaube vor allem, dass nicht so viele Leute denken, dass Wolfsburg gewinnt. Deswegen, warum nicht? Leipzig gewinnt gegen Freiburg. Ist zu Hause Leipzig halt. Und Augsburg gegen Köln. Ja, Köln ist eigentlich nicht so auswärts stark. Gerade zu Hause sind sie stark. Aber Augsburg ist halt momentan zu schwach. Und dementsprechend gewinnt Köln. Ja. Das sind meine Tipps zur Bundesliga. Ich bin gespannt, was eure sind. Ballert mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir kommen nochmal zur anderen Challenge für dieses Wochenende. Und zwar dann zum Topspiel Bayern gegen Bayer Leverkusen. Bayern mit einer witteren Liga-Lage, wie wir angesprochen haben. Gegen Real Madrid. Leverkusen ist nicht mehr in der Champions League. Allerdings haben wir hier, glaube ich, wie viele Millionen hatten wir im Budget? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir hatten auf jeden Fall nicht allzu viel Budget. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wahnsinn. Wir durften auf jeden Fall nur ein begrenztes Budget an Spielern benutzen. Dementsprechend haben wir hier unter anderem ein paar Leverkusener dabei. Und ich habe mich natürlich für die beiden Bayern-Spieler entschieden, die momentan am stärksten sind. Lewandowski ist ja noch angeschlagen. Gelb gesperrt sehe ich hier auch. Also anscheinend gelb gesperrt. Weiß ich nicht genau. Aber angeschlagen ist er in jedem Fall. Und ja, von daher bin ich mir noch nicht ganz sicher, wenn er spielt, ob er so gut spielen wird. Und dementsprechend Robben vorne drin mit Douglas Costa. Douglas Costa in der Champions League ist nicht gespielt. Ich denke mal, Ribery wird geschont werden für das Rückspiel. Bellarabi vorne drin, weil Bellarabi normalerweise gerade... ...gegen solche Mannschaften, die nicht so schnell sind in der Defensive. Und Martinez ist nicht so schnell. Und Lama eigentlich auch nicht mehr. Immer was ganz gut ausrichten kann. Kampel dazu im Mittelfeld, weil der recht solide ist und nicht so teuer. Havertz, weil der sehr, sehr stark spielt, seitdem er in der Bundesliga aktiv ist. Und hat absolut nichts gekostet. Und Thiago, weil Thiago mal unter der Topform ist. Auch wenn er gestern nicht so stark gespielt hat gegen Madrid. Denke ich mal, dass der gegen Leverkusen wieder gut performt wird. Weil die Bundesliga momentan genau sein Metier ist. Es wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Bayer Arena ist definitiv kein Ort, an dem Bayern sonderlich gerne spielt. Aber ich glaube trotzdem, dass sie gewinnen werden. Leverkusen momentan zu schwach. Und Bayern ist auch genauso wie Dortmund so ein bisschen sauer, sicherlich. Aufgrund der Niederlage. Und die wollen auch mal ein Zeichen setzen von dem Spiel gegen Real. Und deswegen bin ich mir sogar relativ sicher, dass es ein relativ hoher Sieg wird. Und zwar 0 zu 3 für Bayern. Das ist eine ziemlich hohe, krasse Geschichte. Aber ich könnte es mir vorstellen. Und ich habe gerade das Bauchgefühl, dass es passieren wird. Dementsprechend tippe ich das einfach mal. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ja, das sind auf jeden Fall meine sechs Spieler. Mal sehen, ob sie immer besser läuft als die letzten Wochen. Ich hoffe es einfach mal. Und wenn nicht, dann vielleicht die Woche danach. Aber ihr wisst ja, Max und Fußballfachwissen also. An sich klingt das, was ich sage, finde ich immer gar nicht so blöd. Aber im Endeffekt kommt es dann halt sowieso anders. Deswegen bin ich auch so schlecht im Wetten. Naja, egal. Das war es von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Beschreibung aus. Hättet euch kostenlos bei Football Stars an. Tredet gegen mich an. Und checkt auch die anderen Links aus. IG Vault, mein Merchandise und meine Social Media Links. Ich wünsche euch bis zur nächsten Woche oder bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal kostenlos unter dem Video, wenn ihr es noch nicht getan habt. Noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Fußballwochenende. Und natürlich ein frohes Fest. Genießt Ostern mit eurer Familie. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.